Ich bin immer noch euer MrVenom1974, wir sind bei Jack the Nipper auf dem ZX-Spektrum und ich hab's schon mal angedroht, selbst da bin ich zu doof zu. Und wahrscheinlich irgendwelche Leute würden sagen, wie so, sogar zu doof in die Windel zu kacken. Also, ähm, Jack the Nipper, es gibt zwei Teile, glaub ich, davon und ihr seid ja jetzt so ein, ja, was soll ich sagen, ein Säugling jetzt auch nicht, ein Kind oder sowas und macht jetzt Blödsinn. Also, eigentlich, eigentlich vom Prinzip ein Game, wo man sagen kann, das ist eigentlich für den Trottel hier vor dem Mikrofon, ich bin kein Wimp, ich würde gerne auswählen. So, würde ich starten. So, auf geht's. Also, wir müssen Blödsinn machen. Da, das ist das Nortimeter. So. Ja. Und jetzt frage ich mich, was mache ich denn für einen Nortimeter? Also, wir können irgendeinen Blödsinn runterschmeißen, das kann ich mich noch erinnern. Ja, ja, genau. Und, äh, warum kann ich hier jetzt nicht mehr springen? Hä? Hä? Okay, weil der mich berührt hat, oder was? Tatsächlich. Okay, dann kannst du ein paar Sekunden springen. Ja, es fängt schon gut an. Lass mich doch, ich will doch mal gucken, ob ich da was runterwerfen kann. Boah. Alter. Stell dich mal nicht an wie ein Kind. So. Ah! Nein, ich wollte keinen Doppelsprung. Alter. Alter. Na, also. So. Weißt du was? Lenk mich. Gibt doch noch einen anderen Raum. Kann ich hier auch nichts kaputt machen. Ich will was put machen. Ich böse Kind. Da ist doch bestimmt was. Da kann ich gar nicht hoch. Sag mal, Wolf. Willst du mich hier verkacken? Ich will da raus. Kann ich auch nicht? Kann ich denn da hoch nicht? Hm. Also. Kann ich denn da nicht rein? Brauche ich da erst einen Schlüssel? Kannst du doch die Räume hier verlassen. Da gibt es doch eine ganze Straße. Ein ganzes Dorf, wo du Blödsinn machen kannst. Mit irgendeiner Taste? Nein. Quitten will ich nicht. Mit H kann man pausieren. Natürlich. H für Halt oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hm. 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 Ich glaube, da kann man noch hin. Ich glaube, das ist der Schlüssel da. Okay. Dann haben wir ja sowieso keine Alternative. Geh weg. Ja komm, dann mach mich tot. Shoot Direction plus Fire? Ja, 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 aber nur wenn du eine Waffe hast. Du brauchst ja erst Gegenstände. Du kannst später auch ein Blasrohr kriegen, soweit ich weiß, glaube ich. Und dann kannst du ja... Los... Boah, Alter, ich bin so schlecht. So. Mach mal. Lalalalalala. Ja. So. Jetzt nimm ihn. Jetzt nimm den Scheiß doch. Yes. So, das ist doch, glaube ich... Ist das das Blasrohr? Oder ist das der Schlüssel? Wir gucken. Auf jeden Fall haben wir Spielzeug. Ihr gestattet. Geh mal weg. Hm. Nein. Hm. Das ist das Glasrohr. Okay. Alles klar. Ja. Ja, ich finde das alles nicht so gut, aber... Das schieße Geist mit Blasrohr funktioniert, glaube ich nicht. Ja, ja, alles gut. Ihr seid immer so nachtragend. Okay, jetzt habe ich das Glasrohr kaputt gemacht. Das war auch ein ganz toller Plan. Ja. Ich bin zu doof. Ich bin absolut zu doof. Ich muss doch noch mehr Gegenstände haben. Dass ich da zum Beispiel auch überhaupt nicht hochkomme. Und das verstehe ich gar nicht. Und dass ich hier nicht rauskomme, verstehe ich auch nicht. Ja. Hm. Ich meine, Naughtiness 6%. Das ist schon mal ganz weit vorne. Ja, Frampi ist gerade dabei. Ja. Hm. Ich bin zu doof dafür. Ich bin zu doof dafür. Ich bin zu doof dafür. Ja. Ja. Der Frampi kennt Jack Van Dipper. Das ist gut. Dann gib mir mal gute Starttipps. Also da oben ist das Blasrohr. Das haben wir jetzt schon mal verstanden. Dann weiß ich nämlich gleich. Dann machen wir gleich mal nämlich den... sozusagen den... das... das Pendant dazu. nämlich Schooldays, wenn ihr das nicht kennt. So. So. Das Blasrohr haben wir. da oben ist das Blasrohr. Das ist das Blasrohr. Ja. Dann machen wir mal... das Blasrohr. dann machen wir mal... So, ich könnte mir natürlich jetzt 20 mal erschießen. Ich triggere jetzt das Game kaputt. Wenn im Schlauch. Ich triggere jetzt das Game kaputt. 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 Ich triggere jetzt das Game kaputt.